Die Wellen der Empörung schlugen hoch nach immer neuen Enthüllungen in der Spä-Affäre. So wurde dem US-Geheimdienst NSA vorgeworfen, in großem Umfang illegal deutsche Verbindungsdaten abzuschöpfen. Ein schwerwiegender Verdacht, der sich nicht erhärtet hat. Zwar gehen wohl große Datenmengen in die USA, aber solche, die der Bundesnachrichtendienst selbst erhebt, etwa von seinem Horch-Posten im bayerischen Bad Aibling aus. Und das geschieht auf Basis einer Vereinbarung, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 geschlossen wurde. Wer späht eigentlich wen aus? Hier in Bad Aibling in Bayern ist die Frage einfach zu beantworten. Der deutsche Auslandsgeheimdienst, der BND, sammelt Daten über Ausländer. Und wie sich jetzt herausstellt, gibt der BND diese Daten wohl an die amerikanischen Kollegen von der NSA weiter. So soll es in einer Vereinbarung aus dem Jahr 2002 stehen. Dieses Dokument ist bis heute die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen BND und NSA in Bad Aibling. Dieses Abkommen geht zurück auf eine Grundsatzentscheidung des damaligen Chefs des Bundeskanzleramts, Frank-Walter Steinmeier. Hat also ein SPD-Minister die Grundlage für massenhafte Datensammlungen mitgelegt? Der parlamentarische Geschäftsführer Oppermann weist das im Internet empört zurück. Ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver sei das. Fakt ist aber, dass nach dem 11. September die Bereitschaft hoch war, den Amerikanern Daten zu liefern. Die CDU freut sich, weil sie jetzt viele Fragen an die SPD stellen kann. Wir erwarten, dass die SPD umgehend aufklärt, wer wusste wann was über diese Verantwortlichkeiten, wer hat was verschwiegen. Und dann ist da noch ein Zeitungsbericht, wonach die NSA keineswegs 550 Millionen Datensätze pro Monat in Deutschland sammelt. Die Daten habe der deutsche BND selbst nach Amerika geliefert. Im Moment deutet vieles in die Richtung, die sie andeuten. Es liegt aber noch keine abschließende Bewertung vor. Die könnte es möglicherweise am Montag geben, dann will sich Kanzleramtsminister Pofalla äußern.